Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ark Madagascar Evolved. Ich weiß, die letzte Folge war jetzt etwas kürzer, aber ich denke, das wird jetzt noch mal ein bisschen öfter vorkommen, weil es ist einfach so, dass Ark-Dateien generell sehr, sehr groß werden und noch größer, wenn man halt hier durch die Lande zieht. Und es braucht dann furchtbar lange, bis die verarbeitet sind, bis die hochgeladen werden. Deswegen entschuldigt, wenn da jetzt mal ein paar Folgen etwas kürzer werden. Komme ich da irgendwo hoch? Also das hat alles seinen Grund. Ich würde gerne längere Folgen machen, aber es ist einfach so groß. Das geht einfach gar nicht klar. Da ist alleine. Ja, da ist alleine ein Archie. Vielleicht Merle. Ich möchte mir das Ganze mal angucken. Hier, er hier. Du da. Du da oben. Ja, ja, genau, du. Komm mal her. Welches Level bist du? Das wäre ein 50. Okay. Wäre super. Verbraucht ein Level 50er? 16 aus der Crossbow. Sollte man aufhören, mich zu pieksen. Das könnte allerdings gut sein, dass ich ihn eher umhaue. Wo habe ich eigentlich Merle gelassen? Perfekt. Okay. Merle? Wo habe ich Merle gelassen? Oh, da ist Merle. Okay. Und dich habe ich da. Okay. Okay, 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 okay. Level 50er Archie. Das ist wunderbar. Das passt. Damit wäre ich vollkommen zufrieden. Hier ist so um mich herum echt die Partie. Aber ja, F. Ich weiß, F. Es tut mir leid. So. Okay. Da wäre sogar noch ein Archie gewesen. Noch einer. Mich interessiert ja schon, welches Level die haben. Ich bin eigentlich... Ich bin eigentlich doch gut bedient mit meinem jetzt. Ich sollte es jetzt auch nicht herausfordern. Wirklich nicht. Also... Mit einem... Mit ihm hier kann man doch... Völlig leben. Level 52. Das ist allerdings ein Mail. Keine Melodie. Ja, guck mal. Und der bekommt noch... Ja, 25, vielleicht 23 Level. Kann man doch völlig mit leben. Das wäre perfekt. Dann könnte ich nämlich zurückgehen. Mit einem Sattel craften. Die Gegend erkunden. Und dann... ziehen wir um. So zumindest der Plan. Jetzt müssen wir gleich nur noch irgendwie hier... Pfeile aus diesem Tal rauskommen. Ich würde echt euer Level interessieren. Wenn ich jetzt ein Spyglass hätte... Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Aber ist okay. So, das kann... Weg. Aber schade, dass ich hier die großen Kristalle nicht abbauen kann. Das wäre halt jetzt nochmal perfekt gewesen für... Für ein Spyglass. Und das Problem ist, ich kann ja auch gar nicht sehr viel weiter, weil da... Irgendwie das Ende ist. Hm. Echt schade. Sind also wirklich nur Deko. Hm. Na gut, dann müssen wir dann noch ausschalten nach normalem Kristall. Ach genau, ich könnte Meryl jetzt erstmal wieder... So. Pass auf, jetzt läuft da unten irgendwie so ein Level 100er Archie rum. Und ich will gar nicht wissen, wenn ich wiederkomme. Was da bei mir alles gespawnt ist. Ich könnte hier echt so viel Metall... Okay. Okay, Argentavis Sattel. Oh. Das könnte zum Problem werden. Ich habe jetzt zwar hier diverse Skorpione, von denen ich das farmen könnte. Aber ich weiß nicht, ob Merle das schaffen würde mit so vielen Skorpionen. Halt so ein paar, ja. Aber ich habe halt eher Angst, dass sie dann betäubt wird und dann bewusstlos wird bei so vielen Skorpionen. Na toll, jetzt habe ich einen Archie, aber kann den Sattel nicht machen. Ich kriege noch hier einen Anfall. Weil so viel habe ich nicht. Ich habe 22 Chitin und, ähm, ich glaube irgendwie 4 Keratin oder so. Müsste ich dann farmen gehen. Ich glaube irgendwie 250 oder 250. Wie viel waren es jetzt? 150. Na gut, sonst müsste ich hier echt die Skorpione versuchen. Das wäre eigentlich meine einzige Möglichkeit. Na super, ne? Ich stehe vor dem nächsten Problem. Natürlich. Ich weiß nicht, gaben auch Enkis Keratin? Ich glaube ja, ne? Allerdings halten die auch viel aus. Hier ist auch Obsidian. Das brauche ich nicht. Ich brauche doch einfach nur Kristall. Ich würde so sehr euer Level interessieren. Aber da würde ich lieber warten, bis hier unser Archie fertig ist, bevor ich da jetzt irgendwie was mache. Auch wenn er jetzt echt nah ist, ne? Aber es ist eigentlich schwachsinnig, was ich hier tue. Ah ja. Na, zum Glück bist du ja gleich fertig. Name männlicher Agentavis. Hm. Na, ich weiß, ich weiß einen Namen. Ich weiß einen. Na, es wird eh gleich dunkel. Dunkel, von daher passt das schon. Ich dachte gerade, der hat mich im Visier. Alter Schwede. Der Himmel hier, der sieht echt noch super aus. So, das ist... Hawkeye. Oh cool, der hat da so ein bisschen so rot vorne. Okay. Level 77, Argentavis. Ich finde, da kann man jetzt nicht meckern. Ähm. Würde ich jetzt aber gerne... Ja, eigentlich müsste ich mit ihm nach Hause. Ähm. Jetzt hier nicht noch irgendwelche... Dummheiten machen. Ich muss den jetzt irgendwie heile nach Hause bringen. Die Frage ist jetzt, wie? 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 Ich muss mal irgendwie... Ich versuche mal irgendwie da so oben rum zu kommen und dass ich dann da irgendwo rüberkomme. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht vor, den Archie hier so schnell zu verlieren. Ich denke, dann werde ich dann halt irgendwie losziehen und versuchen, Keratin und Chitin zu besorgen. Haben wir hier noch irgendwie was? Oh wow. Weil es sind alles nur die Falschen, ne? Diese Großen, muss ich sagen, die haben auch schon was, ne? Finde ich, sieht cool aus. Ähm. Oh. Oh. Ah, hier bin ich. Ähm. Ja? Da muss ich eigentlich nach... Nach der rüber? War denn so? Hm. Ja, das wird jetzt... ...super nach Hause zu kommen. Das kann ja jetzt noch ein Unternehmen hier werden. Ich meine, ich muss da ja eigentlich nur so straight da irgendwie... ...hin, aber... Na, ich würde sagen, wir machen hier jetzt erst mal... ...erst mal Schluss. Ich werde jetzt noch mal kurz hier rüber gehen. Also Metall hat man hier eindeutig genug. Also daran scheint es echt nicht zu mangeln. Wenn ich mir jetzt diesbezüglich Sorgen gemacht habe. Wow. Wow. Ist okay, Ark. Ist okay. Ähm. Na, und dann versuchen wir im nächsten Part irgendwie... ...nach Hause zu kommen. Also, bis dann. ... ... ... ... Vielen Dank.